Er pflegte aber ihnen auf das Osterfest, einen Gefangenen loszugeben, welchen sie begehrten. Es war aber einer, genannt Barabas, gefangen mit den Aufrührischen, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf und bat, dass er täte, wie er pflegte. Pilatus aber antwortete ihnen, vollet ihr, dass ich euch den König der Jüden losgebe. Denn er wusste, dass ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten. Aber die Hohenpriester reizten das Volk, dass er ihnen viel lieber den Barabam losgebe. Pilatus aber antwortete wiederum und sprach zu ihnen, Was holdet ihr denn, dass ich tue dem, den ihr schuldigt? Er sei ein König der Jüden. Sie schrien aber mal... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020